Hallo und willkommen zu Andeildiz, unserer neuen superrandom App, hat PGP ausgesucht. Ich weiß leider nicht, was das alles wie Funktionen hat, aber wir werden jetzt mal sehen. Ich wollte nur multiplayer. Daily Challenge Multiplayer, ja. Mal gucken, was funktioniert. Wir hatten WiFi oder Google Play. Ich suche dann direkt mal ein Hostgame. Ich weiß es nicht. Irgendwann weiß ich es irgendwo, wo ist Playgast? Hier, mit WiFi. Du bist doch auch mit TPWF2 gemäht, oder? Ja. Gut, dann machen wir es mal. Ich tue mal kurz meinen Wurm noch ausprobieren. Ey, da kann ich Farben ändern. Oh, ich habe mich schwarz gemacht. Sag ich nicht. Du musst auf Multiplayer gehen, Depp. Ich habe mich hier, ich erstelle gerade erstmal ein Spiel, ey. Ich muss das Spiel beitreten. Es geht aber, oh, Maschinengewehr, Shotgun, eine Missile. Ich mag eine, habe ich eine Missile drin? Nein, habe ich nicht, ich habe keine Missile drin. Ich mag die, die Stelle drin. Oh. Oh, was gibt es denn hier? Smile Rockets, Bouncing Rocket, Poison Gas, Disaster, Eggs. Ich schneide. Yo. Egal, probiere es mir mal aus. Okay. Hast du ein Game aufgemacht? Warte noch. Ich kann auch die Map aussuchen. Das sieht gut aus. Okay, play. Mal gucken. Bist du das drin? Bist du nur Rex? Rex. Hä? Wieso funktioniert das? Bist du jetzt drin? Geh mal zu mir. Warte. Rex, ich suche gerade nicht. Ich schneide, das Spiel mir nicht. Nein. Ich komme hoch. Wo bist du? Ich mache dich Platz, aber ich ihn sehe. I'm ready. Unten drin. Endlich. Ich sehe dich auf der Karte. Es leckt, oh nein, nein. Hallo, Philipp. Hi, du wirst sterben. Wie schieße ich? Quick, quick, quick. Ich habe mich selbst umgebracht. Trats to respawn. Sorry. Sorry, Piggy. Ich habe dich uns alle umgebracht. Ach, du damit. Äh. Oh, es hängt wieder. Hey, wieso hängt es so? Jetzt hängt es bei mir auch. Bei mir die ganze Zeit schon. Ah, okay. Ich bin... Ich bin im Boden. Äh, ich bin im Boden. Äh, nicht mehr. Ich kann mich ganz... Oh, ist okay. Ich bin ganz normal. Sehr, sehr, sehr cool. Ah. Äh. Halt mal. Wie glänzt du dich durch? Doch, ein Grabknopf. Äh. 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 Aaaaaaah Aaaaaaah Bist tot? Ich hab mir hier so viel Geld schon drin Äh Stirb Ich hab doch gesagt Verrecke Ah da oben Dynamit 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 Auf der anderen Seite Es Hm? Dynamit 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 Aaaaaaah Den geht gut Dynamit Dynamit Spidermübs Oh oh Wieso ist das? Wegen meiner Bomben Denk ich Und weil das Spiel scheiße ist Ich bin fertig I'm ready Ich bin wieder tot Ich bin wieder tot Äh okay Ich bin ja im Raum drin Hey cool man hat einen Enterhaken Wui Spiderman Spiderman ähh AH Aaaaaah Spiderman Spiderman Das ist auch ein Enterhaken Ja Uuuuh Spidermäää Act Spidermää 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 Spidermäですね Die sieht man voll schwer! Axt! 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 Wow, war das geil! Spiderman! Ich häng mich an die Fürst! Nein, komm runter! Hey, ich hab ein Geschenk für dich! Ah! Sehen Sie? Nein! Zu kurz! Lass mich los! Ja! Ah! Das ist ein cool Trauer von meinen Gültel! Wenn ich mich an die Strahlen hätte, kommen wir her! Ah, ich bin getroffen! Ja! Du bist da! Heiß! 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 Du Arsch! Touch to respawn! Heiß! 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 Gott! Ich bin gelaufen, ganz süß! Ah! Aua! Das ist los! Hefe! Au! Aua! Ah, ich kann mich da nichts fressen. Hallo. Ja. Wo bist du? Ich falle! Hallo. Ich verfolge mich. Hallo. Nein, jetzt lass mich. Jetzt lass mich. Aua, ich bin schon wenig bei Gold. Ich hab dich umgebracht. Nein, das du nicht. Scheiße. Da da drüben. Neue Waffen. Was ist das? Dynamit? Da drüben. Komm her, warte, komm her. Ich hab, ich hab was. Eine bessere Waffe jetzt. Warte. Warte, willst du wissen, was es ist? Warte. Ich... Ich wollte dir zeigen. Ich werde dich getötet. Du Arschloch. Meine Güte, war das Schicksal. Hey, Piki. Ich will meine neue Waffen hier ausprobieren. Okay, warte mal. Du hast mich da sowieso umgebracht, ohne... Wieso bewege ich mich die ganze Zeit so? Jetzt. So. Was war das? Ein Shotgun. Ich verstehe. Ich muss mich nicht nehmen. Es hat eine schöne Reichweite, die Waffe. Ich brauche wieder Muni. Und wie lehrt man Muni nach? Oh, Scheiße, ich bin fast tot. Ich brauche ein Medikit. Easy. Nie gar nicht. Nie. Nicht. Nie. Kom nur. Ja! Siehst du mich? Dieses Ding hält mich fest. Bye, it's okay, bye. Ach, hör auf Englisch zu sprechen. Wenn tot gewesen wäre es, hätte ich die Jungen gebracht. Habe ich dich getroffen? Nein, ich habe dich getötet. Es regnet jetzt lauter Würmerteile. Ich sehe es. Hä? Ich habe mich nicht aufgenommen. Ich stecke fest. Bitte. Diese blöden Spikes. Ich muss sehen es. Hä? Wie bist du denn schnell hergekommen? Nein! Nein! Au! Aua! Getroffen? Au! Ach so. Autsch! Au! So gestacheln! Kannst du dich damit nicht selber wehtun eigentlich? Das kann ich. Ich tue mir die ganze Zeit selber weh. Oh, okay. Aua! 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 Gangster! Ich hätte es nicht so viel. Es ist nicht so. Au! 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 Ich dachte, ich kann es nicht, wenn es gewonnen wird. Au! So gestacheln! Da drüben ist neue Waffen! Ich habe es gesehen. Neue Waffen! Neue Waffen! Ist nur ich aber! Ich habe sie! Wacht von mir auch! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Nein, nein! Okay, ich hole mir auch eine neue Waffe, okay? Ey, das ist die wollte ich gerade haben! Leiderschwert! Euuu! 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 Die macht es mit mir! Wait, 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 okay! Was war das denn? Euuu! Euuu! Wie hast du es gemacht? Was denn? Was hast du denn da eingesammelt? Ist das noch eingesammelt oder wo hast du es bekommen? Wie machst du das? Was soll die Scheiße? Wie machst du das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wo hast du die her? Die hatte ich schon die ganze Zeit? Und wie soll ich mein Handy? Euuu! Bei mir auch! Was? Oh, es kommen die ganze Zeit neue Waffen runter! Was ist das? Was ist das? Euuu! 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 Eeeig Doodelsack. E Duodelsack! Oh das war ein Chat Pack? Eee! Ups! Mhahaha! Euuu! Ha! Ich brauch... Ja! Oh verdammt! Medikit! Was ist das? Ich weiß, was das ist, aber es ist total lustig. Komm her, du! Du Arsch, komm her! Deine Stimme! Nein, die Waffe ist verschwunden. Scheiße. Komm her, ich will das ausprobieren. Ich will das ausprobieren, das ist okay. Na gut, zeig's mir nicht, wann du das. Das Wornhut mir nicht, oder? Nein, weiß ich nicht. Du, was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Kann ich mich noch angucken? Äh, ich dachte, du wolltest was ausprobieren. Ja, das war jetzt. Okay, wir müssen aus. Geht's noch? Du hast mir so viel Schaden zugefügt. Das ist so eine Art Reflektor. Wenn ich dich berühre, krieg ich Schaden. Also... Wenn ich... Brillo! Nein, was ist das? Wieso kannst du mehrere Waffen auf einmal besitzen? Hä? Du hast... Ich hab vier Waffen. Wo kannst du dich sehen? Wie viele Waffen haben wir sie... Oh, ein bisschen schitternelle Waffen, die wir befassen. Ja, ich hab eine... Da kann ich immer noch mit Waffen Namen drauf. Oh. Stimmt, ich hab zwei Stück. Und Schikita-Banane. Was ist das? Flamethrower. Ich hab Flammwerfer. Was ist das? Waffe! Waffe! Hey, guck was ich habe! Waffe! 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 Mit der Rettempeng? Hey, was ist das denn? Broken Missles! Missle! Ich hab ne Missle, ich hab ne Missle, ich hab ne Missle! Ich hab ne Missle! Du stirb? Okay, jetzt macht das Spiel langsam Spaß. Wenn man's kapiert. Au! Aus dem Bier! Wirklich? Ja, ja! Komm her, komm her! Ich hab mich fast umgebracht, tschuldigung! Du hast einen Laserblaster. Mein Gott, sind eine Menge Star Wars Waffen dabei. Äh, Julian? Kannst du mal kurz stehen bleiben? Ich bringe Spidey kurz um, okay? Hier ist eine Nuke. Wie sag ich, ich bringe Spidey um mal kurz? Ich kann das Spiel für mich entscheiden jetzt. Ich bin so total okay. Oh, Maschinengewehr! Gegen die Granate! Haben! Hey, Julian! Ich bin im Militär! Guck! Hey, hey! Ja, Mann! Ist das schön, oder? Die Waffe! 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 Warte, 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 warte! 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 Hey, PGRP, PGRP! Piki, 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 Piki! Ah! Ja? Warte, eine Flache. Komm mal her, Philipp! Äh, ich bin da. Ich wollte das machen bei dir, okay? Ich dachte, sie wollen vorbei, okay? Was, wieso? Nein, wir spielen auch zu Ende. Wir brauchen nur 20 Kills. Okay, Philipp, bis gut. Dort, wo die Nu gerade runterfliegt. Komm jetzt! Ach! Kannst du mal bitte kommen hin? Äh, ich komme auch die ganze Zeit. Also, ich will, dass du es mal ausprobieren, okay? Also, ich will, dass es nie ist. Es sieht, okay? Ja, aber das heißt, okay? Okay, komm runter. Dann kann ich dich aber leiden. Okay. Es ist entzielt. Ich hab gar nichts. Was war diese Waffe, die du gerade gekauft hast? Maschinengewehr. Hey, ich hab noch ne Waffe, die ich die ganze Zeit ausprobieren wollte. Kannst du mal herkommen? Warte, schau, 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 schau Ich hab überlebt es. Ich hab überlebt. Hallo, ich weiß Paulini. Jetzt. 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 Oh. Hey. Pige, Pige. Oh, lecktes. Oh, meine Atombombe. Oh, meine Atombombe. Oh, meine Atombombe. Was ist das? Ich bin kein Schwein. Ich bin kein Schwein. Ich auch. Das war wieder so. Tschau. Hau rein. Tschau. Ja, tschau. Oh.